Hey und willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online heute zusammen mit Maudado, Zombie und der Palette. Bewertet den Part und viel Spaß! Palette, wenn ich dir ein Auto schenke, bist du dann wieder nett zu mir? Ja. Ja? Ja. Wo bist du denn? Da hinten bist du wieder am Beach, wo in echt war es? Ah ne, das ist Maudado. Ein richtiges Auto. Ein richtiges Auto im Relay. Ja, warte, ich bring's dir. Hä? Von unbekannt, 9.000 Dollar. Ach so, weil ich das Auto, guck mal hier dein Auto. Ja. Weil ich das Auto geklaut habe, hat er jetzt 9.000 Dollar auf mich. Aber wem gehört denn das? Komm, niemand mit dir jetzt. Hallo, hören Sie auf, du kriegst die... Bitte, ich möchte 9.000... Nein, wir sind in einem Club, du bekommst es nicht. Wir sind doch in keinem Club. Doch. Warte. Wann hab ich das denn angenommen? Geht's mal herrlich? Und dann bin ich doch nur in die Lobby reingejoint. In eurer Lobby. Du hast dir das Kopfgeld von 9.000 in German Let's Play geholt. Kennt ihr das noch, wenn man früher mich so Raumschiffen und so gespielt hat und mit Autos und dann selber die Geräusche machen musste, weil es keine Computerspiele gab? Wie alt bist du noch mal? Ach, witzig. Ja, aber doch, das hat man doch immer gemacht. Also mein Super Nintendo hat Geräusche gemacht. Ja, nein, aber weil man halt so mit so Spielzeugautos gezockt hat. Das ist ein Spielzeugauto. Das hat man ab und zu gemacht und sonst hat man sie so gefahren. Was, vor allem was für Spielzeugautos? Ich hatte eine Xbox, aber... Ich hatte eine Xbox, aber ich habe mit Autos und Playmobil und Lego gespielt bei Nuten. Ich habe immer auf meinem iPhone Videos geguckt bei meinen Lieblings-Youtubern. Will jemand hinten drauf? Hallo, warum, hallo? Der will mich mit einer Shotgun umbringen. Setz dich doch. Ja. Hallo. Fahr mich an, Zombie, fahr mich an. Warte. Jetzt, okay. Ja. Zeig's mir. Oh, stopp, bitte nicht. Und jetzt, ja. Okay. Und weiter. Klatsch mir immer richtig gegen. Warum schreien die alle? So, Palle, hör nicht. Ich schub's dich an. Ja, mach. Oh Gott. Anschubster, ja. Ach, man kann sich ja jetzt das Luftschiff kaufen. Ja. Ja, aber wer hat denn Geld dafür? Hast du Geld? Aua, aua. Wie viel kostet's denn? Kostet doch bestimmt wieder 4 Millionen oder so. Ja, aber Moldado hat's. Ich guck mal, wer den Palle mich verteidigt. Nee, ich hab nicht 4 Millionen. Ja, ich verteidige uns. Eine Mülle. Okay, kauf mal. Bein, kauf mal. Oh, da ist einer mit dem Kopfgeld, Palle. Schieß den ab, links von uns. Oh, wer, 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 wo, 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 wo. Da oben, der Helikopter. Oh, scheiße. Ja, wir haben, gibt unser Panther-Auto-Helf wieder aus. Ah, da oben, yo. Okay, warte, ich steig aus. Ja, aber der hält irgendwie auch sehr, sehr viel aus. Ja, schau mal, der kann uns gar nicht kaputt machen. Dieser Auto ist ultragepanzert. Oh, und ich, ich, ich schnapp mir den. Oha. Komm, komm, komm. Nicht die Polizei! Nein, ich, Alter, ich hab nicht die Bullen angegriffen. Oh. Du bist so ein Moloch, Alter. Er hat genug auf uns geschossen. Oh, der hat schon geraucht. Den kriegen wir. Nein, 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 nein. Weiter feuern. Schnell, schnell, schnell. Komm. Geld! Geld! Alter, wer, wer bringt mich denn? Ach, er hat mich umgebracht. Okay, das ist fair. Okay, also nicht die Polizei. Einfach immer weiter feuern. Einfach immer weiter feuern. Ja, er weicht ihn wie immer aus. Irgendwann geht er down. Wo ist er denn hinten? Er ist in einem Wassergarten. Ah, deswegen kann ich ihn nicht absnipen, weil er zu weit weg ist. Oh, er hat die Rakete halt eingetroffen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, der lebt noch. Oh, gut gemacht, Manu. Ja, der hat einen Super-Heli scheinbar. Och, Mann, ich hätte auch gerne einen Super-Heli. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ich hab ihn auch mal. Ja, ja, du hast ihn. Ich hab ihn wegrasiert. Oh, Mann, du hast Geld bekassiert. Ist weg. Hab ich's jetzt? Ach, äh. Kannst du da unten sein, hier sind zwei Sitze? Ja, warte. Hallo? Hört ihr dich noch mal, da ist er gespawnt. Wo ist er? Er gibt doch gar keinen Kopf. Egal, wird's der Stand sein Leben. Hallo? Oh, das ist Balou. Hi. Oh, das ist Balou. Er schaut euch an. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Direkt neben euch. Ja, ich bin blind. Äh, zack. Warte. Überfallen. Nein. Ah, ich krieg ihn nicht. Er ist zu krass. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Er ist hier. Bring ihn um. Bring ihn um. Okay, okay. Oh, Potti. Alter, er ist ein Gott. Officer Star. Ich hab ihn. Und euch auch. Warum tötest du ihn die ganze Zeit? Der hat keine Ahnung, weil er ein Basterd ist. Was? Boah. Zombie. Ja, Leute, die gerne am Herkommen und unsere Fahrzeuge kaputt machen, dann mit der Autosniper Tokio Spend. Hallo, Leute. Ich nicht. Hallo. Ja, der ist cool. Nochmal, Headshot. Ja, aber wenn ich jetzt mein Teil hole, dann werde ich ja direkt gesprengt. Nein, ich höre dir nicht so oft, bis der Lift. Alter, was geht denn mit dir ab? Wir werden jetzt eine Stunde lang töten. Was ist denn los bei dir? Richtig salty. Da ist Maudado, wo Spalette? Ich wurde von anderen Nachtclub-Besitzern umgebracht. Er kommt mit dem Auto. Ja, ich seh's. Back in L.A. Back in L.A. Ey, ich... Oh, ich hab ihn. Danke. Perfekt. Hallo? Ey, ganze Maudado, ne? So. Alter, ich steck an. Ja. Kann man einmal? Kann ich da jetzt helfen? Aber dann hast du... Oh, ja, Auto-Unfall. Oh, Gott. Ich hilf dir. Danke, mein Held. So, und jetzt fein an. Der ist hier hinten. Du hast dich die Polizei aber anders verhalten. Nee. Ja, ich krieg ihn zum, ey. Ja, ich hab lange gesagt, Headshot. Oh, Gott. Nice. Hey, ich habe euch erwartet mal wieder. Ich hab euch verbartet. Schreder. So, die Map ist doch richtig klein, ne? Ja, geil. Ins und draußen. Nein, Leute, bitte. Auf, Maudado. Oh, nein. Manu, ich hab ihn. Hast du gar nicht. Ich hab ihn. Hilfe. Ich hab Zombie. Ich hab ihn. Ich hab ihn wieder. Ja, wir haben ihn beide. Wir kriegen den. Ja, Maudado. Ja, Maudado. Ja, du wolltest ausweichen. Oh, 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 oh. Oh. Ey, das ist doch der einzige Modus, der so ganz komische Ruckler bei mir hat. Oh, oh. Hä? Was machst du denn? Ja, der fährt immer am Rand, damit man sich selbst umbringt. Ach so. Oh, oh. Ja, oder so. Der ist besser als vor Maudado, der immer nur an einem dran steht. Da sterbe ich lieber. Ja, klar. Jetzt hast du es mit Absicht gemacht. Ja. Ich bleib jetzt einfach hinten und unterstütz den, der mir Geld gibt. Okay, Allah warnt. Ich geb dir 5 Euro. Ja, okay. Hast gewonnen. Auf wen soll ich gehen? Auf Maudado. Weil er gewonnen hat. Okay. Mach ich. Nicht auf mich. Nicht auf mich. Ja. Leute, nicht. Ich hab' ich gesagt. Spuck den an. Spuck den an. Bitte nicht an. Spuck Manu an. Nein. Nicht zum Weg. Ich aufhöre mich mit. Okay, schön. Der hat sich gar nicht geopfert. Hat er. Tut die Dien. Und Pau. Wow. Richtig impressive. Hä? Ja. Ich hab' ich hab' gewonnen. Ja. Letzlichen Glückwunsch. Alle auf Manu. Ja, sehr gut. Du hast nur deinen 5-Euro-Freund dafür hintergegangen. Haha. Stimmt. Ja, aber erst nachdem ich deine Aufgabe erfüllt hab. Ja, aber du bist auf meiner Seite. Ja, bis ich deine Aufgabe erfüllt hab. Ach so. Hättest du dann auch nochmal 5 Euro gesetzt? Hätt mich auch selber umgebracht. Nee, hätte ich mich nicht geopfert. Wer hätte Maudado überlebt. Musste sein. Gibst du mir nochmal 5 Euro? Dann bleib ich auch die ganze Runde bei dir, ja? Okay. Also bleibst du jetzt zwei Monate Mitglied. Aber mehr kann ich dir nicht geben. Ich muss wieder auf Taschengeld warten. Ach so. Ach, schade. Warte. Nee, also die Runde muss ich nutzen. Ich geh' auf alles, was du willst. Wir gehen auf Manu, weil der hat grad gewonnen. Ja, war aber stehen. Nein, Maudado, wir gehen auf Paletta gerade. Guck doch. Warum gehen wir auf Paletta? Okay, dann gehen wir auf dich. Genau, warum auf dich? Nee, dann auf Manu, du hast recht. Paletta. Okay, alle auf Manu. Hä? Geh' doch auf Manu, der hat grad gewonnen. Ja. Alter. Ja, ja, gut so, gut so. Gut so. Ja, das gefällt mir. Ja, gebt mich weg. Alter, ich hasse euch. Du hast dich doch selber umgebracht. Ich konnte ja nicht raus. Ja, warte, warte, ich hab' ihn gleich. Ich hab' ihn gleich, Meister. Oh, ich höre jetzt, Manu, los. Ich hab' ihn gleich, Meister. Nein, nein. Ja, 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 ja. Ja, geht doch. Miep, miep, miep. Miep, miep. Ich hab' meine Aufgabe erfüllt. Nimm jetzt mein Let's Play auf den Ladebildschirm. Ja. Ja, dann lass aber auf jeden Fall pro Folge bei mir auch ne Folge bei dir. Ja. Nimm nur die Ladebildschirm auf und kommentieren. Was nicht in German Let's Plays Folge gelandet ist. Schlimm, wenn die klammern. Oder ich, alles, was ich rauscutte, wird bei dir zu einem Video. Das ist immer richtigen Müll. Das, ja, das. Das wäre so geil, wenn es dafür so einen Knopf geben würde, der das dann irgendwie zusammen, aber würde ja gehen, das ist so echt scheiße. Du musst halt alles, was du löschen würdest... Ja, ja, genau, einfach nach rechts schieben oder so. Hab' man nur so schweigen gemacht. So, Maudado, du wolltest... Alter, ihr habt mich grad eben schon getötet. Das ist vorbei. Nein. Maudado, Maudado! Alter, bitte! Bitte, Leute! Nein! Nein! So, ich dachte, wir wären ein Team. Ich dachte, wir wären ein Team. Alter, ich... Hör doch auf bei Looten! Ja, was ist das? Ja, was ist das bei Looten? Ich sag nur noch zu zweit. Hör doch auf! Was ist denn das? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt... Juhu. Ja, ja, und jetzt voll rein! Voll rein! Oh, geil. Richtig cremig. Aber ihr könnt auch warten, bis da ein Death kommt. Leute, wartet mal, bis da ein Death kommt. Ja, ja, nur noch zwei Minuten. Ja! Ich würde das halt gerne mal wieder sehen. Ja, würdest du als ein Ladespeen. Das stimmt. Was macht ihr da? Was soll's? Wir reiben uns aneinander. Wartet ihr grad zwei Minuten? Ja, quasi. So sieht das bei uns aus. Oh, oh. Also zu zweit, Alter. Das ist echt nicht geil. Ich bin stärker! Oh, erschieb mich! Oh, oh. Oh, nein. Dann werde ich doch! Ja! Warte, jetzt hab ich den Sieg. Das wär schön, ja. Paluten hat den Sieg. Warum denn? Was? Echt jetzt? Lecken Paluten einfach am meisten? Gute Arbeit, Palle! Danke! Richtig outplayed, ey. Ja, man darfst dich halt nicht selber mit umbringen. Ja, dann gewinnt automatisch der Gegner. Ja, voll dumm. Boah, wir haben gleich viel Geld bekommen. Hä, wir haben alle gleich viel Geld bekommen. Ja, ja. Ja, klar. Ich bin zwar schon seit einer Stunde draußen, aber hab ich verdient. Vielleicht ist es so, wenn alle sterben, dass der mit den niedrigsten Punkten dann einen Punkt bekommt. Das kann ich nicht. Das muss ja immer sein müssen, oder nicht? Nee, irgendwas stimmt da nicht. Also bei der letzten und dieser Runde kommt's hin. Hör mal, nun, leider bist du jetzt mein Todfeind, weil ich keine fünf Euro mehr für dich habe. Nee, nee, gratis. Einmal gratis. Das war ein Paket. Ja, letzte Runde war schon einmal gratis, oder nicht? Nee, nee, dreimal gratis bei mir. Oh, oh. Mann! Mann, wenn du erwiebt hast. Dieser kommt. Ja, ich wollte dich. Hi. Gümnediz, blästel Erzfeind. Ein bisschen bin ich gar- Hallo. Hallo. Hör doch auf. Ey! Ja, doof, ne? Megaattacke. Megaultraattacke. Nein, erlebt, erlebt. Die wir alle überlebt haben. Na, warte, Palette, warte. Pa... Palette. Oh, Scheiße. Palette. Nein, zum Wesen, lass uns verhandeln. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Aua! Warte! Oh! Nein! Okay, Mordado, alles gut! Nein, Mordado! Menje? Ja? Was denn? Oh! Oh! Hi! So, so können wir bleiben, ja? Und jetzt kommt Paleto von hinten, okay? So, hab ihn! Hab ihn auch! Oh nein! Nein! Oh Gott! Oh Mist! Oh, ich war's vertan! Ja! Wir müssen echt Autos eigentlich nehmen, die vorne so richtig flach sind, dass wir uns öfter hochheben. Ja, ich meine... Ist das so... Ne, eigentlich nicht, ne? Uiuiui! Was war hier mal hängen? Schreibt mal in die Kommentare, was das flacheste Supersport-Auto ist, danke! Hilfe! 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 Warum denn? Warum? Alter, was? 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 Nein, alles... Go, Palle! Das sah komplett unrealistisch aus bei mir. Ich bin Palutens größter Fan. Du auch einer. Ich doch auch! Jetzt, seitdem du so viele Punkte hast. Du bist nur Fan von seinem Körper, das zählt nicht. Ich mag Paluten für die inneren Werte, für sein Schini im Bauch. Ja, Anu ist ein Fan von seinem Gesicht. Ich bin halt eben immer sehr enthusiastisch auf meinen Gesicht. Und immer... Mir fliegt immer eine Fliege in den Mund, bis er durch den Mund ist. Immer kurz vor dem ersticken. Ich schreibe meine Vorschau-Bilder perfekt. Ach, Maudado wollte gerade AFK gehen, ne? Ich hab's gesehen. Ich wollte nicht hier auf mein Radio umgestellt. AFK! Radio! AFK Dado! Scheiße! Oh, das war eigentlich nicht so schlau. Geht. Naja, ist egal. Hatte keine Konsequenzen hier. Zu zweit. Alter! Hallo! Hi! Oh Gott! Ui! Nein! Nein! Was? Hallo! Hallo! Und, was macht Edgar? Edgar ist gra. Bin ich Edgar, weil ich das große Auto hab? Nein! Warum solltest du Edgar sein, Alter? Was soll denn das? Ich hab das große Auto! Alter! Jetzt wird's wieder richtig eklig! Aber ich lebe, geil! Wie sich alle hinanstellen, Alter! Ich... Ich... Ey! Also das war 3 gegen 1, ey. Aber so war es 2. Ich hab wieder den Sieg geschenkt, Palle. Jetzt musst du dich auch umbringen. Achso, hast du zwei Punkte? Ich hab einen. Nee, er hat einen Punkt. Oh Gott! Schnell weg! Ja! Ja, aber jetzt fehlt mir auch einen Punkt. Ja, jetzt kriegen wir auch einen Punkt. Jetzt müssen wir uns alle umbringen direkt. Ja, Ruebärs. Ruebärs fahren, Leute. Aber sonst fallen die nachher noch von alleine runter. Außer Manu. Ich schaff's mich vorher umzubringen. Ohohohoho. Pass einfach auch gleichzeitig mit Runde. Ja, aber hey! Nach der Logik würde ich ja dann den Punkt bekommen. Ja. Ja, dann lass machen. Komm, einfach. Nein, 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 nein. Ich hab jetzt S gedrückt. Ich will keinen Gewinner-Lotto. Ist mir egal, ob ihr mich auslacht. Ich töb mich jetzt. Ich töb mich jetzt auch. Ich drück W. Nein, alle S, komm. Okay, alle S. Okay. So, bin down. Ich bin down. Und? Mal gucken. Hallo? Verlierer. Ja. Matchverlierer sogar. Hä? Achso. Ne, da steht er immer. Hä? Wer hat denn jetzt gewonnen? Jetzt hat irgendwer gewonnen. Wer hat jetzt gewonnen? Ja, Zombie. Ja, genau. Ey, ohne Mist. Deine Idee. Zombie hat einfach kurz gewartet. Ja. Nein. Das war einfach ekelhaft. Ich bin auch ekelhaft. Break. Break. Game. Ja, ganz im Ernst, so eine Verarsche. Hö, ich glaub der. Also dann kriegt der letzte Punkt, Leute. Ja, weil ich schon prädiktet hab, dass wir so am Ende das machen. Jetzt haben wir's Masterplan. Okay. Dann schaut in die Videobeschreibungen, da sind alle verlinkt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann. Bis zum nächsten Mal.